So, herzlich willkommen, wir sind wieder bei einer weiteren Episode von Let's Play Nebenprojekt Dragon Ball Z, das Erbe von Goku. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben bei dem wunderschönen Mr. Kajo. Ja, wunderschön ist er nicht direkt, also mich spricht er attraktiv persönlich nicht an. Wir haben Raditz besiegt, besser gesagt Piccolo hat uns besiegt und wir wurden somit in die Hölle verstoßen. Also, gelangt sind wir da und ja, wir müssen über den Schrank fahrt zu Meister Kajo, der uns trainieren wird, damit wir ultra strong werden. Und wir sprechen erstmal mit, wie heißt es, Georgie, nein, irgendwas mit G heißt die Grille, ich weiß es nicht. Ha, du bist noch lange nicht so weit mit dem Training, um mich zu fangen, was glaubst du, wer du bist? Ja, wir müssen den kleinen Racker hier fangen später, aber dazu mehr. Bist du, Kajo? Aber natürlich, siehst du sonst noch Kajos hier? Äh, okay, äh. Kannst du mich trainieren, damit ich gegen die Saiyajins kämpfen kann, die auf dem Weg zur Erde sind? Saiyajins? Ja, es gibt nicht mehr viele im Universum. Ihr ganzer Planet wurde zerstört, aber die Überlebenden sind sehr mächtig, das heißt viel trainieren. Danke, Kajo. Mal sehen, wie gut du hier mit der großen Anziehungskraft laufen kannst. Versuch mal Bubbles zu fangen, wenn das klappt. Können wir weitermachen. Hört sich einfach an. Los, Bubbles. Okay, wir müssen den Affen fangen, das ist nämlich Bubbles. Und, äh, was mit der Anziehungskraft das auf sich hat, ist nämlich... Auf dem Planeten ist eine gewaltige Anziehungskraft, die uns extrem runterzieht. Und jetzt bist du aber... Nein! Moment, wie fliege ich denn? Kann... Ja, hab ich dich. Gut gemacht. Jetzt musst du Gregor, genau so hieß er, mit dem Holzhammer auf den Kopf hauen. Sei bloß nicht zu sanft. So. Gregor! So, kann ich fliegen? Ja. Ah, okay, jetzt nicht mehr. Ah, du steckst in der Falle. Nein! Nein! Mist! So, ich sammle mal die Dinger nebenbei auf. Kajo hat einen tollen Schlitten. Äh, das interessiert im Moment gar keinen. Ich muss Gregor fangen. Nein! Mist! Fuck! Scheiß Grille, du... Komm her! Ah, das... Oh, Gott! Nein! Oh, fuck! Oh, Gott! Diese beschissene Grille. Kann ich jetzt schon nicht ab? Blöde Grille. Ey, komm! Nein! Nein! Ja! Nein! Dabei bin ich doch der Schnellste. Du hättest mich nie fangen dürfen. Wahnsinn, du bist der beste Schüler, den ich hier hatte. Was für eine Zeit. Elmer hat viel länger gebraucht. Echt? Klar. Jetzt, wo du so gut bist, kann ich dir Kamehameha beibringen. Die stärkste Attacke überhaupt. Ja, also Ginky Dame hat keine Chance gegen Kamehameha. Alle wissen das. Die Geschwindigkeit nimmt zu und du bekommst 1500 Erfahrungspunkte. Deine Freunde haben die Dragon Balls gesammelt, ohne den Wunsch ausgesprochen. Du musst zur Erde zurück. Gott wartet schon in seinem Versteck. Komm bald wieder. Ich meine, hoffentlich musst du nicht wiederkommen. Oh, yeah! So? Ähm, ich muss ganz kurz cutten, weil irgendwie, keine Ahnung, ist abgekackt oder whatever. So, wir sind bei Gottes Palast hier. Willkommen, Goku. Das Schicksal der Welt liegt nun in deiner Hand. Deine Freunde haben tapfer gekämpft, aber wurden geschlagen. Deine Gegner warten im Ödland auf dich. Du bekommst ein Gekräuter. Niedlich. Du siehst ziemlich fit aus, Goku. Ich mach mir trotzdem Sorgen. Die Saiyans sind echte Monster. Keine Angst, Mr. Bobo. Danke. So kann ich da rein. Da kann ich auch nicht hin. Da auch nicht. Hier kann ich auf die Erde fliegen. Wow. Lange nicht gesehen. Stimmt, Meister. Nimm diese Sensubonen. Die werden... Äh. Sie werden dir eine große Hilfe sein. Danke. Ja, du bekommst ein Sensubonen. Uh, niedlich. So, hier oben ist auch nichts. Nein, 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 nein. So, hier auch nichts. Kann ich runter? Nee, kann ich auch nicht. Hier kann ich zur Erde. Oh. Ödland. Aha. Hier bin ich erstmal im... Oh, Moment. Ich speichere. Oh Gott. Speichern. So. Bevor ich abkacke. Fällt mir grad ein. So, wir können das... Hä, du Scheißkühler. Hast du gesehen, was ich kann? Piu, 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 piu. So, mehr Kräuter kannst du nicht tragen. Hm. Okay, dann. Inventar. Nee, doch. Inventar. Äh, ein Kräuterchen nehme ich dann. Dann kann ich den... So, ist das Eis? Oh, super. Äh, wie, wie kann ich... Ah, hier kann ich wechseln. So. Ein Eichhörnchen. Piu. Da ist ein Dino. Hi, Dino. Oh, du Arsch. Der hat mich ganz schön abgezogen. Ach, du Kacke. Ich hab auch versehen. Oh, oh. Der Dino ist aber ganz schön stark, du. No! Wir sind tot. Äh, weiter spielen. So. Das war ganz schön blöd von mir. Piu, ein One-Hit. Aber ich will den Dino unbedingt besiegen. Ach, Kacke. Oh, oh, shit. Warte. So. So, in dem Kräuter One-Hit. Okay, die Sprachausgabe ist... Bombe! Moment. Ich brauch diese Attacke. Dann kann ich ihn... Punchen ohne Ende. Ich glaub, mit dieser Attacke spielt sogar jeder. Aua. Nicht so grob. Mit so'n Goku. Äh, aber der... Sag mal. Du hältst aber einiges aus, Dinolein. Oh, jetzt aber ist's gut, ne? Also... Du kannst doch langsam zu Boden fallen. Oh, Mann. Oh, du hast Level 10 erreicht. Gott sei Dank. Ein blöder Dino. Oh, da oben ist ein Kind. Kann ich... Moment, das kann ich doch... Bestimmt zerstören. Ja, kann ich da hochfliegen? Ganz sicher. Ja. Hey, kannst du mir helfen? Wie bist du denn da oben gegangen? Gelangt. Die Wölfe haben mich auf die... Mich auf die Fesseln gejagt. Vielen Dank. Ach, und wohin möchtest du, kleiner Mann? So, hier ist ein Hund. Der... Komischerweise nicht stirbt. Nicht sterben kann. Der ist One Punch. Oh, ich speichere lieber. Äh, speichern, speichern, speichern. Ja, ich weiß. Speichern. Pussy speichern war das. Du kannst nicht mehr Kräuter tragen. Dann werde ich mal welche... Nein! Ich hab die Sensu-Bohne geküssen. Ich Idiot. Oh, ich... Oh, Gott. Kann ich laden, irgendwie? Ich muss laden. Ich muss sterben. Ich muss sterben, damit ich laden kann. So, hier kann ich nicht entlang. Also runter... Oh, Gott. Hört plötzlich in der Stadt. What the fuck? Okay, scheiß drauf. Wie es heute wohl an der Börse aussieht. Interessiert mich doch nicht. Ähm, hey, was soll das? Ich überlege mir gerade neue Ideen für die Kapseln. Äh, äh... Okay. Kann hier anscheinend nichts erreichen. Was ist denn das? In der Stadt scheint was los zu sein. Ja, meinst du? Pium, 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 pium. Schön, oh. Die kann ich auch nicht hin, auch nicht. Ach, das kann ich kaputt machen. War auch super viel drin. Oh, Gott. Diese Pixel immer. So, da ist eine Frau. Für die Polizei ist das doch ein Kinderspiel. Weiß nicht. Habe viele Schüsse gehört. Hast du von dem versuchten Banküberfall gehört? Das darf man nicht, oder? Ja, wir erinnern uns auch, dass so ein Goku in der Serie natürlich auch einen Banküberfall verhindert hat. Hier. Schön zu sehen. Motherfucker. Ach. Sie tun einem auch gar nichts. Also, das sind nette Banditen. Tod. So, die stehen einfach. Du sollst nicht hier sein. Es ist gefährlich hier. Hallo, da liegt eine Leiche. Stör mich jetzt nicht. Verschwinde. Oder es setzt Prügel. Die Gangster haben die Bank hier ausgeraubt. Die Bank ist geschlossen. Nein, der lebt wieder. Oh Gott. Wenn die nicht immer weglaufen würden, wäre das viel besser. Na, süßer. Komm. Und oben müsste noch irgendwo einer sein. Ich bin gleich tot, aber fällt mir ein. Soll ich? Ja, komm. Höhe? Das war... Okay. Fehler. Du bekommst 1500 Erfahrungspunkte. Hier oben war doch noch einer von den Ganoven, oder? Irre ich mich. Vielen Dank, Bürger. Das war toll. Keine Ursache. Wie wäre das mit einem Job bei uns, Junge? Danke. Ich muss noch etwas erledigen. Was? Ja. Jetzt. Danke, danke, danke. Schön gut. Hier liegen bei Leichen. Wow, das glaubt mich nicht. Du bist wirklich voll stark. Wow. Oh, hi Oma. Mein Sohn wird sich vorerst von Wölfen fernhalten. Danke für die Hilfe. Vielen... Vielleicht nutzt dir das etwas. Du hast eine Kapsel gefunden. Oh je, es wird Zeit. Übermaß... Ja, ja. So, eine Kapsel habe ich gefunden. Okay. Mit der Kapsel kann ich anscheinend nichts machen. Den Gangster hast du es aber auch wirklich gezeigt. Das hast du auch von da hinten gesehen. Alles klar. Im Haus. Ich kann im Haus mit Kis schießen. Ist das nicht großartig? Ach. Oh, jetzt ein militärischer Stützpunkt noch, oder wie? Diese Fremdlinge haben die ganze Nordarmee niedergemacht. Oh. Goku, ich höre dich. Schnell, du musst deinen Freunden helfen. Die Erde ist in Gefahr. Hä? Bin doch schon auf dem Weg. Hey, Krankenschwester. Eine schnelle Untersuchung. Nee, kann ich nicht. Ah, ich ziehe immer vorbei. Kein Durchgang für Zivilisten. Ich bin kein Zivilist. Ich bin Son Goku. Mehr Kräuter kann ich nicht tragen. Ach. Dieser Speed. Oh. Okay, hier sind wir wahrscheinlich schon angekommen. Ich speichere mal für alle Fälle. Und wir machen dann einfach gleich weiter im nächsten Port. Bis dahin, tscho tscho. Und bis gleich mit Vegeta und Napa.